Das Wolf-Parkinson-White-Syndrom ist eine Herzrhythmusstörung ausgelöst durch eine elektrisch kreisende Erregung zwischen Herzvorhöfen und den Herzkammern. Dieses Kreisen geschieht über eine accessorische Leitungsbahn, die beim gesunden Herzen nicht vorhanden ist. Durch die Verabreichung des geeigneten Medikaments lassen sich die Symptome verbessern bzw. beheben. Ein Medikament ist ein Stoff oder eine Stoffzusammensetzung, der bzw. die zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bestimmt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020